Go on, Raffaello! Show them your ultimate legacy! Sind das Schildkröten? Sind das kickboxende Schildkröten? Haha, ernsthaft? Ist ja geil! Ist das geil! Vor allem die linke ist so spitze, mit ihrem Sprungkick immer! Hehe, you dodged well! You can do it! I look after the city children, but these children are especially disturbed. They look just like you, but younger... Was soll denn das heißen? Die sind besonders gestört, die sehen genau aus wie du! Danke! Sind die Leute aber nett hier zu ihrem Prinzen? Ist ja nicht zu ver... Was ist das? Okay, ich glaub bei den Rindern ist bad hair day. Sehr interessant! For the party, I'd like to take the cows to the palace garden! They like the grass over there! Uh, no, Booba, we can't let them in! Last time, Mami Makala nearly killed me, and I had to put up with her, being moody at mealtimes for a whole week! Too bad! We'd love them to celebrate too! Sehr schön! Ähm... Hier scheint echt Magie mit am Berg zu sein, ne? Also wir sehen auch hier seine Schale, die wird nicht irgendwie von nem Strick gehalten oder sowas, sondern von Magie, wie es aussieht! Die Kür sind spitze, komm ich irgendwie zu denen hin? Nee, ne? Okay, hier scheint dann auch die Begrenzung zu sein. Ich würd sagen, nachdem wir jetzt unsere Heimatstätte hier angeschaut haben, unser Heimatdorf, gehen wir dann doch mal zum Ältesten und schauen mal, ob er uns irgendeinen nützlichen Rat geben kann. Good day, my son! What does the future King of Sama want from an old man like me? I must ask him all the questions that are nagging me. Okay, frag mir erstmal über den Ursprung von Sama, würd ich sagen. A long time ago, Sama was founded by the line of the Koryodan. Our stories speak of Neser Koryodan, the first King of Sama. It is said that Neser let those without walls... Was? Achso, das ist wahrscheinlich ein Volk. It is said that Neser let those without walls far from the red veil, a great distance from the great veil... Ist das Otto, die ich mehr merken sollte? Ich weiß es nicht. Schauen wir doch mal. Those without walls, the red veil, all the stories about Sama speak of it, but no one knows what it means. Ach, das... Schön, das wär meine erste Frage gewesen, worum geht's, aber keiner weiß es. Sehr gut. The stories point us towards the right questions, young king, but each individual must find their own answers. Na dann, fragen wir mal weiter. Was haben wir noch? Die Rolle des Königs. The King of Sama defends his people and guides them on the path to the Umoja, the Union. A large part of the people of Sama are made up of the Hakimas, sages who can breathe the Orion into matter. That's what practicing the Umoja means. Wieder was gelernt. But you have to see beyond that. The Umoja is one way of living, one way of thinking and existing. It's what makes Sama a sacred place that needs defending by its king. The king is its protector. Okay, also es scheint sich bei Orion wirklich um eine Magie zu handeln und die Hakimas sind also die Magier. Und das scheint etwas besonderes zu sein, denn wenn es ein Ort ist, der dadurch anderes Ziel wird, dann scheinen das andere nicht zu haben. Ich bin gerade ein bisschen irritiert von diesen Pfeilern links und rechts. Weniger von den Händen obendrauf, sondern vielmehr von den Fingern, die unten die Säulen halten am Boden. Na gut, die wichtigste Frage, bin ich bereit? It's a big day today, and I don't know if I can be a good king. How can I guide others towards the Umoja? I still have too much to learn. Umoja is a path, not a destination. Be patient with yourself. You'll do your best, that's the most important thing. Oh, Prince Enzo! Ich glaube, es geht los. Oder ist das eine Stalkerin? Ich habe ein Gefühl, es geht los. Der ganze Paläste-Zeremonial-Guard schaut dich an. Die future Queen verliert Patience. Hier liegt Enzo Koryodan, King of Zama, strangled in his bed the night of his honeymoon. Sehr schön. Okay, ich glaube, seine Frau ist ein bisschen garstig, oder? Die ist ein bisschen zervisch? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Aber es klingt irgendwie so. Also, man hat kein gutes Bild von ihr schon bevor man ihr das erste Mal begegnet, muss ich sagen. Wollen Sie mich hören, Ihre Majestin? Ja, ich bin auf meinem Weg, Rabiatu. Danke, dass du gekommen bist. Na dann, wollen wir doch mal. Wollen wir die Dame nicht warten lassen? Sonst werden wir wohl wirklich in unserer Hochzeitsnacht erwürgt werden. Und das wollen wir doch nicht. So schnell wir können, eilen wir zum Palast hinüber. Wollen wir unsere Angetraute nicht warten lassen. Oder unsere uns Anzutrauende. Fancy Musik muss ich sagen. Und da sind wir im Palast. Zeit für die Hochzeit. Oder? Jawoll. Es ist Zeit für Party. Brother and sisters of Sama, today the light of Maisha shines in our hearts. Prince Enzo Coriodon, descendant of Nasser, now becomes our king and the guardian of our people. He also brings us the worthy queen, Aaron Eru. The young couple before us has fully completed the ancestral ritual of Nwondo. They have swum in the water of the Wuri and have obtained the blessing of the ancestors for us. Ja, da gibt's glaube ich nicht viel hinzuzufügen. Aaron's smiling. She must truly be happy. She looks like this is the most wonderful day of her life. Solltest das nicht auch für dich sein? Du solltest, äh, dasselbe empfinden. I hope they'll get on with this quickly. My feet are really aching. Oh ja, du hast ordentliche High Heels ansehe ich gerade. Das sind gute Pfennigabsätze. I have to keep smiling, though, above all. I really want the answer to be happy right now. Na dann lass das fortfahren. And this is why we, the four elders of Zama, who embody the four winds of Dunia, now hallow your union with the blessing of the Omoja. And so Koryodon, may the woman at your side be the voice that soothes and counsels you throughout your reign. And may you both have many children for Zama. Have mercy, ancestors. Just a little miracle for a father who is only one, much adored daughter. Spare me the torture of seeing her kiss a man. Ach komm, jetzt ab dich nicht so. Ist das ihr Vater, ja? Na, Mayoda? Das ist... Ist das ein Mann oder eine Frau? Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Von der Hautfarbe her, gehört er oder sie aber zu dem Vater und wäre dementsprechend dann wahrscheinlich der Bruder von... Äh, Aaron? Ist jetzt bloß so geraten. Hm, my little student is now king. Ach nee, doch nicht. Okay, es ist... Eine Ausbilderin? Eine Ausbilder? Ich weiß nicht, was das ist. Ist das ein Mann oder eine Frau? Nabi, I hope you're proud of your son and that you're watching him from behind the Great Veil. Ah, okay. The Great Veil ist also die Welt, äh, der Vorhang ins Totenreich, sozusagen. Damit wäre die Frage schon mal geklärt. You are now king and queen of Zama. May your reign be prosperous. Come here, Utamu, my sweet angel. Angani, my heaven on earth. Ach, so viel Liebe und Romantik in der Luft. Aaaaah! Er scheint etwas unzufrieden zu sein. Hm? The answer to my prayers? Britain, uh, King Ansel! Sorry I'm late. But on the road to the palace I saw some... Rachians... Who were... Ransacking the city huts. Look like there is some kind of conspiracy to keep me on my feet in the city today. Do you want to handle it, Jun-Nama? Hm. It's not my task to protect Zama. I'm neither the king nor the queen of this city. Okay. All so hilfreich hier und so nett. Why does she always make everything so complicated? Okay, damit wäre klar, es ist ne Frau. Also, die Lehrerin von Enzo ist das also. Are you going to send the guards? No, she's right. It's up to the king of Zama to defend the city. I'll go. I also think that would reassure everyone. But be careful, alright? Don't worry. I bet it's Leoritas and this gang of robbers. Nothing too dangerous. Before you go, aren't you forgetting something? What king would neglect such a delightful duty? Ähm. Ach so, ihr belastet es beim Kuss. Okay, ich dachte schon. Ich hatte gerade befürchtet, ihr fangt jetzt gleich hier auf der Bühne an. Na gut. Bantu Wedding. Er scheint mir mehr scharf als Mensch zu sein. Okay, es ist Leoritas ein Kampfzwerg im Pelz eines Schafes? Oder was für ein Tier ist das? Ich weiß es nicht. He he. That was really good timing. These idiotic Zamiens left their huts unprotected. Rathians! Ach, das soll ein Rattenpelz sein. Kann das sein? Rathians dann also? Äh, 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 Rattlinge? Rättlinge? Rattians! May today be the best looting and pillaging we ever pulled off! Get the booty! Rattlinge! Where is Barriatus? Boss, you went to loot nearby the palace. Now, that's the kind of thing I don't like. The plan was to stay here. Boss, I think he's coming. Why is he running? The gop! The koko! The gop! Soldier! Get your brief back! What's wrong with the Kalu? The glory Odin! Zeit für Action! Auf geht's! Auf geht's! Der Euretus, King of the Ratchens. Boy, you and your raiders picked a really bad day for this. And so Koryodon, the new King of Zama. Old enough to start growing a beard yet, lad. I'm in a good mood today. I'll give you one last chance to leave before I beat you up. Das ist wohl ein Nein. A Ratchens never surrenders. Charge Ratchens. Tonight we're dining in Zama. Wo sie sich da wohl bedient haben, ich weiß es nicht. Mit diesem Zitat. Okay, dann gebt uns mal eine Einführung in den Kampf. Na? Ah. I'm a bit rusty. It's been a while since I followed anybody. So, let's get back to the basics. Okay, basic movements. Im Kampfmodus sind Enzo's Bewegungen auf links-rechts Bewegungen limitiert. Drücke den A-Knopf, um ihn springen zu lassen, soweit klar. Drücke X, um eine Basis-Attacke durchzuführen. Wiederholt, um eine Basis-Combo-Attacke, das ist auch klar. Combo-Basis-Attacken können auch in der Luft ausgeführt werden. Drücke A, um zu springen. Und X, ja, ja, das ist logisch. Halt. RB. Drücke RB, um Uriti, Enzo's Speer, zu berufen. Der benutzt werden kann, um gegnerische Angriffe zu blocken. Was ist denn das für ein Speer, Alter? Was ist denn das für ein Gerät? Äh. Beachte bitte, dass immer wenn Enzo eine Attacke blockt, seine Stamina runtergeht. Seine Ausdauer. Wenn sie null erreicht, wird deine, äh, dein Block durchbrochen. Äh. Kampftechniken, die du an, äh, anlockt, ja, äh, ent, anlockt, ich komm grad nicht drauf. Freigeschaltet? Mensch, die du freigeschaltet hast, werden im Spiel, äh, nochmal. Kampftechniken werden im Verlauf des Spiels freigeschaltet. So, jetzt haben wir den Satz mal. Sie sind auf dem Combatant sichtbar. Du kannst maximal drei gleichzeitig ausstatten. Also ihr seht, das simultan übersetzen kann man machen, ist aber nicht so, äh, erfolgversprechend. Deswegen belastet es lieber beim Englischen. Das geht ein bisschen flüssiger von der Hand. Jene Technik braucht ein gewissen, äh, eine gewisse Menge an AP, bevor sie benutzt werden kann. Äh, abhängig von ihrer Position auf dem Combatant ist, äh, der, gibt es eine gewisse, äh, Knopf, äh, Kombination dafür. Was auch immer. Ja, ihr wisst, was ich meine. Okay. Kampftechniken zu benutzen verbraucht AP. Diese können durch Bewegung wiederhergestellt werden. Äh, der linke, äh, wir können den linken Stick runterdrücken, um ein, eine aurionische Aufladung zu starten. Okay. Alles klar. Das sollte dann reichen als Grundeinlage. Und dann geht's los. Rations! Our priority is to attack him from the rear! Oh, ihr Schweine. Looks like those little guys are not messing about today. Ah. So. Rations fire! Ah, okay, jetzt hätte ich wahrscheinlich blocken müssen. Siehst du mal, die Schweine, die wollen mich von hinten angreifen. Also gehen wir auf eine Seite und bleiben da auch. Oh, ich hab seine Kombo durchbrochen, fällt mir gerade auf. So, das ist dann wahrscheinlich die Spezialattacke, die wir derzeit haben. Feuer. Ah ja, wir scheinen jetzt zu schleudern, oder? So, hauen wir mal dem Rattenkönig ein bisschen aufs Gesicht. Ja, wir können die schleudern, in der Tat. So, erst mal seine kleinen Rattlinge fertig machen. Und damit geht's dir in den Kragen! Huah! So, Feueramt! Also soweit nicht allzu schwer, der Kampfstil. Das kriegen wir hin. Wunderbar. Einiges geht hoch bei uns. Ähm. Weil wir gleich schon Level 1 auf Level 3 gekommen sind. Das ist sehr schön. So will man das sehen. Also wir sehen, ganz normale RPG-Mechanismen. Wir werden im Level steigen und dadurch stärker am Ende. Der Rattenkönig ist besiegt. Das ist sehr schön.